Mein Name ist Fabio und heute gibt es wahrscheinlich einiges an Fahrarbeit. Ich werde nämlich jetzt unter... Oh, ich habe... Oh, Hilfe! Ich war gerade ein bisschen verwirrt, ob ich schon wieder geunmuted oder wie auch immer bin. War ich aber, ja. Und jetzt fahre ich erstmal den Anhänger zurück, hole dann noch einen neuen und hole dann eventuell den Ladewagen auch mal mit. Ich nehme einfach mal alles mit nach Hause, was ich ja eigentlich schon machen wollte, schon länger her, aber doch nicht gemacht habe. Ja, da habe ich mir den Aufsatz für den IT-Runner geholt. Ah, eine Palettengabel brauche ich auch noch. Frontlader und Palettengabel. Dort. Ja, schwarz passt. Ja, das ist mir eine Ruhe, die habe ich jetzt natürlich ein bisschen. Aber das ist so. Kann ich jetzt den erstmal zurückfahren, dann mit dem IT-Runner hinfahren, die Paletten aufladen, zurückfahren. Dann habe ich so ein paar Paletten auf dem IT-Runner. Vielleicht hole ich mir dann auch nochmal einfach eine Düngerpalette oder sowas mit. Und damit ich es einfach habe und ich später nicht mehr fahren muss. Also einfach schon ein bisschen für die Zukunft vorgesorgt. Und das ganze Weizen, was ich in der letzten Folge verkauft habe, ist jetzt auch eh schon wieder weg. Echt schnell. Das ist das Geld, was ich daraus geholt habe. Ich sollte, glaube ich, eigentlich öfter mal mit dem Pick-Up fahren, weil 53 ist so langweilig. Der kleinste C-Tor, der Major 80 heißt er, glaube ich, der ist, der fährt 33. Und damit irgendwo ein bisschen länger zu fangen, ist, glaube ich, richtig langweilig. So, Helfer F ist fertig, das ist schön. Gucke ich gleich mal. Ich werde auch nur 53, glaube ich. Wahrscheinlich wird einer in der nächsten Anschaffung mal ein Fast-Truck sein. Aber wenn ich einen Fast-Truck kaufe, dann wird er ganz groß, ja. Aber vorher will ich mir eher noch ein neues Feld kaufen. Ich glaube, das ist im Moment ein sinnvolles Ding. So, der Kollege ist fertig fast. Dann hole ich mal den Raps, den er hier noch hat. Da drüben muss ich gleich nochmal dünnen. Das mache ich nochmal eben schnell, bevor ich gleich wieder losfahre. Und ich kriege der Ding, die Reihe noch mit. Ich muss da eigentlich. Und ich lasse ich die stehen einfach, kann ich nur sagen. So, Helfer H ist auch fertig. Ja, ich weiß, das sehe ich selber. Natürlich macht der Helfer den Motor aus. So ein Treffstück. Den fahre ich jetzt da hinten ans Feld, ans 14er. Weil da die nächste Ernte ist. Können wir mal gucken. Vielleicht kann ich hier irgendwie zwei Felder zusammenlegen, die einigermaßen passend liegen. Vielleicht, ob der Herr 23 und 24, sieht wahrscheinlich irgendwie scheiße aus. Boah, Hilfe. Die Preisehund sind hier nicht. Ähm, ne, ich glaube, hier geht das nicht so gut wie auf das Haus Novka. Mit Feldern zusammenlegen. Tap, tap, tap. Tap, tap. Den, glaube ich, wieder zusammen. Warum machen die Helfer immer die Motoren aus? Ja, der fährt auch nur 3,5, schade. Der fährt vielleicht 60. Das ist ja 63. Das hätte das ganz um einiges einfacher gemacht. Flüssig Dünger brauchen wir sowieso nicht. Eigentlich brauche ich den gar nicht. Ich kaufe mir jetzt einfach noch zwei Paletten. Und zwar Mineraldünger. Boah, der ist auch teuer. Fast bin ich wieder pleite. Das gibt's auch nicht. Ähm, den hier. Den kann ich schon mal abkippen. Ne. Äh, also ich stehe schief. Ich dachte gerade schon. Angucken. Container abladen mache ich gleich. Mache ich hier. Jetzt lage ich mich den Container ab. Und den Ballencontainer. Ich hätte mir den Holzkontainer holen sollen, weil ich mit dem auch kleine Fahrzeuge transportieren kann. Ne, ich will den abkuppeln. Jawohl. Den lasse ich jetzt einfach unten. So eine Schwumpe. Und dann wechsle ich jetzt mal eben auf den kleineren. Den hier. Mit dem dünge ich gleich mal kurz. Vielleicht aktiviere ich auch irgendwann nochmal das mit drei Düngerstufen oder sowas. Aber nicht jetzt. Ja stimmt, hier kann ich Stroh verkaufen. Bei der nächsten Ernte kann ich auf jeden Fall die Strohhablage mal ausschalten. Zack. So. Am Ende muss eng geklappt sein, damit ich ihn verkaufen kann. Und dann halt schon. Und dann halt schon. Düngen wollte ich genau. Korrekt. Und dann hole ich mir, ja, Plankennzungen. Und dann muss ich ihn nochmal erzählen, um jetzt hier eine Lücke zu füllen. Meine Güte. Ich hoffe auch, dass das Internet nachher mitspielt. Die im Moment irgendwie schon wieder Probleme hat damit. Ich hoffe, dass das Internet einfach funktioniert. So dass ich meine Freunde jetzt auch wieder hochladen kann. Im Moment bin ich auch noch nicht so weit, dass ich irgendwas mit Sprachfehlern und so weiter einschleicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin jetzt auch erst in der zweiten Folge. Vorhin habe ich noch eine aufgenommen. Apropos hochladen. Immer war es eigentlich so, irgendwie das letzte Jahr bestimmt, dass YouTube immer hochgeladen hat, bis 0% verarbeitet und dann nie angezeigt hat, den Verarbeitungsbalken. Und das macht YouTube seit gestern wieder bei mir. Zeigt sogar wieder den Verarbeitungsbalken an. Da habe ich mich so ein bisschen gefreut. Aber ein großes Problem war der auch nicht für mich. Da habe ich vorhin ein Video hochgeladen. Das ja auch eigentlich schon hochgeladen sein sollte. Das einfach bei 95% verarbeitet aufgehört hat. Moment. Ah, jetzt ist Verarbeitung abgeschlossen, tatsächlich. Dann habe ich es einfach nochmal neu hochgeladen. Und naja, jetzt geht's. Verarbeitung abgeschlossen. Und zwar war das das Gmods-Video. Ne, doch, Gmods. Gmods war schon richtig. Ja, meine Kreation, meine Mod-Kreation, die werden dort online gehen, wahrscheinlich. Ich muss mir mal einen Account erstellen und gucke ich mal. Dann kann ich, wenn ich das so ein bisschen genutzt habe, auch mal mein Feedback dazu geben. Aber das wäre dann eine Sache für Staffel 2. In Staffel 2 kommen ja immer solche Sachen. Und nicht in der Staffel 1, die das hier ist. In Staffel 2 ist Team Talk. In Staffel 2 freue ich mich auch so ein bisschen, dass ich in Zossenaufgabe bin jetzt. So, hier werde ich jetzt einfach nur zweimal fahren. Drittes Mal, glaube ich, lohnt sich nicht. In der Egal. Ne, ich mach nur dreimal. Das wird reichen müssen. Ich will auch irgendwann... Ne, kann ich nicht. Oh Mann. Irgendwann wollte ich diese ganz große scheiße Spritze haben. Ich glaube, das war aber in der Staffel 2. Da kann ich das ja machen. Weil ich da so alles mache. Und hier, Staffel 1 ist, nur Ackerbau fokussiert. Bis ich dann Top of the Line bin. Oder End of the Line, falls das jemand versteht. Ich hoffe doch. Wenn nicht, dann fehlt ein Stück Spielegeschichte. Geht erst an Andreas, die letzte Mission. End of the Line. Den hier verkaufe ich. Muss ich den aber doch nochmal abgucken. Und bei dem läuft, glaube ich, auch der Motor. Noch. Ja. Oh Mann. Habe ich den Motor ausgeschaltet? Oh, ich Vogel. Manchmal bin ich eigentlich irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Den kann ich jetzt ausschalten. So. Den kann ich los. Kann ich da hinten noch? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schnell gewesen, wenn ich da noch einen Anhänger angucken könnte. Zack. So. Ich hoffe, das ist nochmal ein bisschen leiser. Wenn man jetzt so ein kleines Brummen als Hall hört, dann ist das, weil... Ich glaube, ich muss ihn mal leiser schalten gerade. Dann kommt das daher, dass bei mir jetzt der Lautsprecher läuft, aber es ist nur ganz leise. Das heißt, eigentlich sollte man es nicht hören. In jedem Fall sehe ich stark. So, mit dem fahre ich jetzt zum Shop und hole mir mal einen Ballencontainer ab. Obwohl ich echt den anderen kaufen hätte kaufen sollen. Der Ballencontainer müsste auch so Befestigungsdinger haben. Wie heißen sie? Äh, der, der Spanngurte. Meine Güte. Ja, ich sitze mal in Tempomaten rein und jetzt kann ich mich zurücklehnen. Gut, dass mein Stuhl überhaupt nicht laut ist. Freut mich jedes Mal aufs Neue. Wow. Guck mal, wie schnell die X-Koordinate sinkt. Äh, ja. X1. Ich müsste gerade wiederlegen. Irgendwann, man lernt ja so kennen, dass die X-Achse die Längsachse ist und die Y-Achse die Hochachse. Wenn man dann irgendwann in die Oberstufe kommt mit Vektoren und dies Ganze, den kann man das ganze System eigentlich an über den Haufen werfen, weil da die Z-Achse die Hochachse wird und X und Y Längsachsen sind. Geil, ne? Das ist mit vielen so, dass man irgendwas eingeträgter bekommen und dann gesagt bekommt, nee, das ist doch anders. Naja. Komisch. Egal. Äh, ich glaube, ich lade die jetzt erst auf. Hochnehmen kann ich sie nicht, ne? Nee. Zu schwer. Schade. Ich glaube, ich lade die dann erstmal auf. Ich habe drei Saatcontainer, die ich mit da draufkriegen muss. Jetzt kommt mein Lieblingstum, und zwar der Frontlader. Der Frontlader geht noch einigermaßen. Aber seit sie hier beim Frontlader diese Achse umgekehrt haben, komme ich mir dem auch nicht mehr zurecht. So, jetzt hoffe ich einfach nur auf Glück. Ja, ich bin gut. Nein, oh Mann, ich hasse, dass jetzt diese Achse umgekehrt ist. Boah, Mann, ey. Können wir es nicht einfach mal so lassen, wie es ist? So war es doch gut. So, kann ich jetzt hier den Gurt drum machen? Ja, kann ich. Gut. Okay, ich habe noch vier Paletten und noch eins, zwei, drei, vier Plätze. Das passt ja gut. Dann kann ich jeden in eine Reihe packen. Das ist ja schön. Das freut mich gerade ein bisschen. Ich muss tiefer, ja. Ich muss tiefer. Das ist wo G-Sat. Nee, hier. In diesem Fall, ja. Ähm. Den fahre ich als zweitletztes hier hin. Ja, weiter vorwärts, weiter vorwärts, komm. Das war nicht so optimal. Na, schon besser. Zack. Jetzt kommt die andere Seite dran. Das war jetzt viel tiefer. So. Jetzt kommt die andere Seite. Es ist alles schief und krumm. Ah, aber das ist mir egal. Aufsache, ich kriege die überhaupt irgendwie drauf. Das wäre schon ein Erfolg. Ich meine, das hier ist schon schwer. Ja. Die einzige Sache, die glaube ich noch schwerer ist, ist Flugzeuge fliegen in GTA San Andreas. Oder die Hydra fliegen in GTA San Andreas. Da hat man ja irgendwie zehn Knöpfe, die man gleichzeitig drücken muss, um das Ding überhaupt in der Luft zu halten. Das ist Hardcore. Aber ich war mal richtig gut da drin. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich alles verlernt wieder. Natürlich. Ich würde halt auch echt gerne nochmal... Huch, was hat der denn da gemacht? Allein schon. Aber dass wir den Motor anschalten, ist glaube ich doch schon ganz praktisch manchmal. Also wenn ich hier irgendwie aussteige, um mal gerade was zu gucken, dann muss ich nicht einsteigen und warten, bis der Motor wieder angeht. Sondern ich habe es halt gleich. So, hier kann ich jetzt mal dieses Spanngurt reinmachen. Ah, Hilfe. Dieses Spanngurt. Dieses spastische Zuckung. Den stelle ich jetzt mal näher an diese Seite. Sodass ich jetzt einfach mal hoffe, dass ich den anderen da noch mit reinkriege irgendwie. Den hoffe ich da jetzt noch irgendwie mit drauf zu kriegen. Aber die Folge ist auch schon wieder lang. Zurückfahren werde ich dann wohl in der nächsten Folge. Und hey, ich darf das Ganze wahrscheinlich wieder auch entladen. Nein, das mache ich nicht. Ich werde es nicht entladen. So. Oh, ey, Mann. Ich sehe halt auch nichts. Und dass das Ganze hier nicht so flüssig ist, das hilft nicht unbedingt bei, das besser zu machen. Lass mich doch darüber dachen. Den Spanngurt würde ich gerne wegbringen. Oder auch entfernen genannt. Ich muss mich gerade echt mal konzentrieren. Nein, andersrum. Ja, was macht der da? Der ist ja nicht mehr fest. So, ich lasse den jetzt einfach so. Packst der Spanngurt on hier. Packst der Spanngurt on hier. Zurückfahren werden wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir uns dann wieder sehen. Ich sage danke schön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.